Heute ist der 1. August. Es ist viel zu frisch hier morgen, aber es wird Zeit euch den Earl jetzt mal genauer vorzustellen. Er ist jetzt seit wenigen Tagen komplett offiziell im Shop verfügbar und deswegen schauen wir heute mal unter diese hübsche Haube hier. So steht der Earl 3 Brenner dann da. Es ist ein wirklich sehr massives Gerät. Ich bin gerade am Blogpost dran und habe ein paar Datenblätter noch mal gewälzt. Der 3 Brenner wiegt 76 Kilo. Das ist schon bezogen auf die Größe. Echt eine richtige Hausnummer. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal unten an. Es gibt den typischen Flaschenöffner von Bernhard in einem neuen Design. Sehr schick. Ich glaube, es ist gegossen. Und sicherlich das Highlight der Royal Series ist das hier. Und zwar die 3 Schubladen. Beim 4 Brenner Gaskel sind die ein bisschen breiter logischerweise. Aber im Prinzip von der Funktion her identisch. Ihr habt 3 Schubladen. Die könnt ihr auch mit wenigen Handgriffen rausnehmen und theoretisch in die Spülmaschine schmeißen. Falls da doch mal irgendwie was reintropfen sollte. Und was mir auch sehr gut gefällt, die Dinger sind wasserdichten auch von hinten. Das zeige ich euch gleich. Komplett geschlossen. Dass dort halt sich nichts einnistet an Spinnen, Krabbeltieren und was halt im Garten so unterwegs ist. Dann haben wir hier wieder Platz für unsere Gasflasche. Da passen 5, 8 oder auch die großen 11 Kilo Flaschen rein. Und hier sieht man, dass halt diese, ich nenne es mal Box, wo letztendlich die Schubladen reinfahren, die ist auch komplett nach oben hin geschlossen. Dann gibt es hier Ablageflächen. Was ich ganz gut finde. Da wurde mitgedacht, hier sind kleine Löcher auf jeder Seite. Weil wenn er dann doch mal im Regen steht, da würde sich sonst Wasser sammeln. Dann läuft das einfach ab und ihr habt weniger Putzarbeit. Dann haben wir hier noch ein Akazien-Schneidbrett. Das kennt man auch mittlerweile aus der aktuellen Frett-Serie. Und hier ist wieder ein GN-Gastronombehälter. Das ist diesmal wirklich auch eine richtige Gastronom. Also da könnt ihr alles reinpacken, was es so im Großhandel in dem Bereich zu kaufen gibt. Bevor wir uns jetzt der linken Seite widmen, hier noch das neue Thermometer. Ist deutlich größer als in der Frett-Serie. Sieht richtig schick aus. Ja, es bleibt ein Deckel-Thermometer. Es gibt dann auf jeden Fall einen guten Indikator. Das Deckel ist heiß oder ist er kalt. Das muss reichen. Dann geht es weiter. Auf der linken Seite haben wir hier ein neues Hakensystem. Die werden hier quasi reingehängt. Ich bin mal gespannt, wie es sich im Betrieb verhalten wird. Weil oftmals ist es so, dass diese Haken dann gerne mal flöten gehen, wenn man die Haube abzieht. Aber die machen hier eigentlich einen recht stabilen Eindruck. Ablagefläche wieder mit den Ablaufflächern. Und dann haben wir hier noch den Infrarot-Seitenbrenner. Im Vergleich zur Frett-Serie ist also der Infrarot-Brenner jetzt außen. Vergrößert natürlich die Grillfläche. Die Idee ist hier zum Beispiel ein Steak scharf anzubraten. Und dann gemütlich im Garraum bei 100 Grad fertig zu ziehen. Der Brenner an sich ist größer als bei Frett. Der hat auch 1 kW mehr Leistung. Also mehr Fläche auf Infrarot-Basis. Und zusätzlich ist der Rost, ich habe ihn jetzt schon herausgezogen, der ist im Prinzip in der Höhe nochmal variabel. Also der wird normalerweise ein bisschen niedriger. Und wird dann auch mit diesen Clips arretiert. Damit euch nichts rausfällt, weil der ganze Tisch hier ist einklappbar. Und sonst würde euch sämtliches Innenleben irgendwie vor die Füße fallen. Das gleiche gilt auch hier für die Klappe. Das heißt, wenn ich die zu mache, wird die arretiert und klappert nicht rum in dem Moment, wo ihr den Seitentisch einklappt. Da ja ein schöner Rücken auch entzücken kann, hier nochmal der Blick von hinten. Der Grill ist nahezu komplett geschlossen. Hier oben haben wir das allseits diskutierte Steunentor, wo dann die Abluft letztendlich entweichen kann. Und das einzige Bauteil, was ein bisschen auffälliger hätte, ist diese, ich nenne es mal Brücke hier. Da läuft letztendlich der Gasschlauch lang von unten, von der Verteilung her Richtung Heckbrenner. Jetzt wird es aber langsam definitiv mal Zeit, hier reinzuschauen. So sieht nämlich die Garkammer von innen aus. Wie ihr seht, wir haben hier Gussroste, der ist dreiteilig. Die haben mittlerweile auch hier ein Bernhardt-Logo eingelassen im Rost. Und ja, letztendlich die Wanne hat sich gegenüber der Fritz-Serie auch verändert. Wir haben hier an der Seite, das ist Alu-Druckguss, das ist deutlich effizienter, was Wärmespeicherung und so weiter betrifft. Der Deckel hier am Rand ebenfalls. Und ganz unten haben wir teilweise Edelstahl. Ich räume gleich mal hier alles aus, dann konnte das besser sehen. Oder hier am Rand vielleicht. Das hier ist Edelstahl und letztendlich, ich nenne es mal Blech, ist nur noch ein ganz kleiner Teil und dort, wo das Fett letztendlich abläuft. Und was ich wirklich sehr, sehr genial finde, wo ich jetzt schon weiß, dass ich damit viel Spaß haben werde. So ein Warmhalterost ist entweder manchmal zu klein, manchmal ist er zu groß, manchmal nervt er, weil er im Weg ist beim Wenden etc. Hier ist es so, der Warmhalterost ist relativ klein. Wir haben hier hinten noch im Prinzip eine, wie nenne ich es mal, Barriere, dass hinten nichts reinfällt. Und letztendlich, wenn ihr mehrere oder größere Sachen habt zum Ablegen, dann zieht ihr das einfach nach vorne, hakt ihn hier ein. Und habt eure Fläche, ich bin jetzt nicht der Mathematiker, aber ich denke mal so um 20-30% habt ihr die vergrößert. Und wenn ihr sie nicht braucht, hat man sie einfach entsprechend wieder ein. Ich habe Earl jetzt mal nahezu komplett ausgeräumt, um euch das Innenleben ein bisschen zu zeigen. Die Grillfläche an sich, die hat 59,5 x 43 cm. Die ist ein Ticken tiefer als bei der Fred-Serie, so circa 2 cm. Bedeutet allerdings auch, dass euer, falls ihr Zubehör haben solltet, was ihr aus der Fred-Serie kauft oder nutzen wollt, wie auch immer, das passt hier nicht rein. Also der ist definitiv tiefer und sowas wie Wendeplatte etc. passt dann nur, wenn ihr sie für den Earl direkt kauft. Gut. Ja, was gibt es denn noch zu erzählen? Was ich sehr cool finde, eigentlich eine totale Kleinigkeit. Hier ist jetzt so eine, ich nenne es mal Flammenbrücke. Das bedeutet, wenn ihr einen Brenner gestartet habt mit der entsprechenden Zündung, müsst ihr, wenn ihr weitere Brenner dazu schalten wollt, einfach nur Gas aufdrehen. Weil im Prinzip die Flammen hier, ich nenne es mal, zirkulieren. Und ihr müsst also nicht nochmal aktiv irgendeinen Zündmechanismus betätigen. Finde ich persönlich ganz cool. Man kann auch dann unter geschlossenem Deckel im Prinzip mal nachzünden und weiß auf jeden Fall, dass der Brenner auch sofort an ist. Kurz zu den Brennern an sich. Es sind Edelstahl-Stabbrenner. Die haben 3,75 kW. Das heißt, mal 3 sind wir bei 11,25 kW hier auf der Hauptgrillfläche. Dazu kommen die 4,5 kW hier im Infrarot-Seitenbrenner. Und nochmal weitere 3,5 kW hier am Backburner. Zum Backburner ist noch zu sagen, der ist ebenfalls aus Edelstahl. Geht nahezu hier im 3-Brenner über die komplette Fläche. Und es wurde auch schon öfter diskutiert, warum macht man da keinen Keramik-Backburner? Ich sehe den Sinn und Zweck der Keramik nicht, weil 3,5 kW sind 3,5 kW. Hier oben ist ein Blech dran. Das strahlt die Itze wunderbar Richtung Hähnchen ab. Und letztendlich ist es so, den Backburner, das ist was, was man nicht jeden Tag benutzt. Und wenn ich hier 20, 30 Decks gegrillt habe, bis ich die nächste Gyros-Party mache, dann, auf gut Deutsch gesagt, rotzt halt die Keramik irgendwo zu. Mit allem, was da so hochspritzt. Und das ist eine feinporige Geschichte. Und also ich finde das so super gelöst. Ich hatte vor Jahren in Brollking, da war es ähnlich. Hat immer wunderbar funktioniert. Und um das Innenleben abzuschließen. Ihr seht, ich hatte es eben angesprochen, das hier sind Edelstahlelemente. Und letztendlich die Fettwanne ist deutlich kleiner geworden als beim Frett. Das ist letztendlich nur noch dieser Streifen hier mit einer entsprechenden Auffangschale nochmal drunter. Mehr kann man dort nicht mehr rausnehmen. Da läuft das meiste hin. Das wird sauber gemacht. Und der Rest, da tut die Pyrolyse wahrscheinlich eher Werk. Info noch für Leute, die mit dem Gedanken spielen, den Grill vielleicht mal irgendwo einzubauen in der Küchenzeile. Die Auffangwanne wird seitlich rausgezogen. Nicht nach vorne und nicht nach hinten. So, die Innereien sind wieder drin. Was jetzt noch fehlt, ist die Roteserie. Die habe ich noch drin liegen. Die hole ich jetzt mal raus. Und dann werden hier noch die entsprechenden Halterungen montiert. Damit wir dann noch sehr bald das erste Grillhähnchen hier zubereiten können. Das Roteserie-Paket habe ich jetzt auch ausgepackt. Eins vorweg. Die Frett Roteserie ist nicht kompatibel. Das liegt hauptsächlich daran, dass Earl andere Haltungen hat. Ansonsten ist das ziemlich identisch mit Frett. Wir haben wieder diesen supergeilen Motor, der erstens Power hat, aber zweitens halt auch absolut fast kein hörbares Geräusch von sich gibt. Und mit 4 Watt Leistung auch richtig dicke Brocken wenden kann. Zweimal die Minute ungefähr. Und jo, ansonsten sind vier Klammern dabei. Und wieder hier so ein Universalstab, den man sowohl auf die Länge vom Vierbrenner als auch vom Dreibrenner Earl zusammenschrauben kann. Das Ganze sieht jetzt montiert folgendermaßen aus. Montage war sehr, sehr einfach. Man braucht nicht mal Werkzeug. Man hat hier einfach diese Fliegermuttern, zieht die an, vier Schrauben. Und dann ist das ganze Ding auch schon montiert. Noch ein, zwei Gedanken zum Backburner. Braucht man einen Backburner? Wenn man ihn hat, ist es gut. Wenn man ihn nicht hat, kann man damit auch leben. Das ist so die diplomatische Antwort. Das Hähnchen weiß ja nicht, ob die Hitze von unten kommt oder von hinten. Der große Vorteil, den ich halt beim Backburner hauptsächlich sehe, ist, der Grill versaut weniger. Weil ihr könnt halt einfach unter das Hähnchen was stellen. Eine Wasserschale, wo alles reinläuft. Am Ende hat man noch eine schöne Soße dann dazu. Und der Grill bleibt einfach sauber. Das geht natürlich auch ohne Backburner. Nur wenn ich unter mein Gargut direkt hier eine Schale stelle, dann schirme ich halt auch das Hähnchen Ding, was auch immer, den schirme ich halt von der Hitze ab. Und das ist halt wiederum dann der Nachteil. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich klappe den zu. Alles in allem bin ich sehr, sehr angetan. Ein super hochwertiges Gerät mit richtig Leistung. Ich hatte ihn eingebrannt oder ausgebrannt, besser gesagt. Da sind in wenigen Minuten die 350 Grad erreicht. Ist auch wichtig hier bei meinem leicht exponierten Standort. Hier zieht es immer ganz gut. Und ja, alles weitere, was ihr wissen wollt, könnt ihr mich fragen, beziehungsweise in wenigen Tagen bei uns auf dem Blog nachlesen. Bis bald. Ich bin es doch nochmal. Ich habe gerade was festgestellt, was ich euch unbedingt noch in dieses Video packen wollte. Und zwar, wohin mit der Roti ist immer die Frage. Die passt komplett hier mit allem Drum und Dran, mit allen Zubehörteilen, mit vier Zargen und Motor. Und passt das Ding zerlegt hier in die Schublade rein. Sehr, sehr geil. So, jetzt aber. Ciao. Ciao.